hallo und herzlich willkommen zur elften fight night und wir sind mit dem clan mu unterwegs dem community clan und ja sagt mal hallo 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 und mal sehen ob wir auf die fresse kriegen oder nicht legen wir los haben doch jetzt übung wir sind keine lights wir machen dasselbe spiel gerade der wies erstmal hier vorne ran sammeln ein light sportet hier oben ab einer stellt sich hier vorne und der dritte stellt sich bitte hier rein und guckt nur in die mitte hoch möchte dass ich maximal drei ist rein von an die kante stellen die anderen versuchen wir unten durch diese senke hier rein zu fahren die sich an die karte stellen das macht man wie der court und michelle bd leid ihr stimmt euch da oben ab wenn er gepusht werde dann wieder zurück können bis hier oben nur wissen ob jemand kommt ja die stehen tief oder war ungefähr als haffern probieren wir bitte mal hier hoch zu fahren die ist rein hier ihr könnt nach vorne mit aufschließen wir haben lobby ab oder sind auch war dann noch könnte da bleiben ich möchte wissen ob da noch mehr kommt macht es aber safe von mir aus herbert stelle ich hier vorne an den stein pack mal was auf dem hügel die unteren die ist rein nämlich michelle gott hochlaufen berg er wird ein glück hier ist der durch die anderen ist rein bis hier vorne vorrücken was aber auf der ferde könnte da stehen mit dem tiger in den rücken fallen aber das blödsinn ne ne warte da oben mal noch wer weiß was die vorhaben die verteidigen einfach nur mit dem set up bleiben wieder an der basis stehen glaube ich auch wir sind die drüben schießen wenn ich was sehe ja klar nachschießen da oben die auf dem hügel ihr könnt schießen wieder lustig sein die anderen ist drei ok tiger 2 kommt herzlich zurück wenn der alleine kommt könnte den beide auseinander kommt alleine ansonsten er fällt dass sie ja vom hügel mit machen können kommt jetzt super person kommt das ja einiges drei mit mir mit eindenken die anderen waren weiter hoch der wird kommen rück er zieht euch da vorne zurück sapfahrer du kannst da drüben du spottest mal bitte weiter ferdinand t34 cdc links oben t34 fokus hier ist rein ja bitte weiter hier hoch fahren dass er hinten an dem cap kommt muss ich nur was wir fahren ja weiter was auf die cdc da oben auch er wird zurück zum cap genau die heavy ist hier verlagert euch mal dass ihr damit helfen können wird er lockt die dahinter auch wenn es geht dass wir womit helfen können ich versuche mal in die mitte zu fahren die cdc die cdc da oben ist weg wenn du dich äh den cdc das nervig ich bin nicht alleine als vorsicht ausschuldung ok cosinus wir dann weiterfahren versuchen wir vorne safe zu kommen ich fahre ein bisschen vor dir dass ihr den nicht kennt ich glaube ich ist rein ihr könnt ihr euch versuchen um gegen zu drücken ja schön ja jetzt abfahren da vorne würde ich spotten so ein schussfeld auf die kriegen die liefer steckt nicht versuche ersatz ziel zu spielen versucht auf die s3 zu wirken wenn möglich danke das ist noch ein super fisch in der oberen getorn ja mach den sack zu leid von oben also ihr könnt ja jetzt macht zweck versucht nicht mehr drauf zu gehen dabei also versucht dass jetzt keiner stürmt ja schön ja zappern du kannst auch ranfahren ich hoffe mal nicht immer jawohl sehr schön lässt sich noch ändern du breitzt ab das weißt du noch ja gut also habe ich start rein die light stellen sich bitte ich möchte ein light hier vorne in dem busch drinnen haben ein light da und ein hier ihr haltet euch da in defensiv stand mittlere straße oder hinten am rand haltet euch ein bisschen auf in der stadt ein paar ist rein hierdurch und ein paar hier hinten ich möchte mindestens zwei ist rein hinten an der ecker oder warte mal ne nur eine ist frei dahin bitte einer der weiß wie es viel über side-scrappen geht also niemand okay dann mache ich das mit einem zu den vorderen busch da die lights mir geht es nur dass ihr offen haltet und wenn die damit ihren beiden lights und den meds kommen dass ihr da die cappt lasst euch außerhalb auf keine feuergefächte ein waren jetzt alle nach hinten nein ich fahre durch die mitte bis ich mal ein paar bitte muh mitmachen mindestens drei ihr ist rein durch die schienen fahren so wir schicken muh durch die mitte dann schießen die alle auf ihn das kennen wir doch vom letzten mal schon so hat ja auch mal ne taktik ich glaube das wirst du doch gewöhnt oder eigentlich nicht ich meine sind von der arti also umschlungs funktioniert das ganz gut ich habe nur und wir gewinnen ja vor nur da korte fährst dann bitte hier vorne rein nicht bei mir mit land d 34 2 steht genau da ja habe ich gemerkt das schwierige könnte alle gar nicht wirken wir sind ein bisschen näher herankommen außer der 110er der gerade massiven sagt kräg ja 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 ach dieser gf also einer der gf steht hier hinten und man es rüber machen gut kommen wir mit nach vorne dann bist du jetzt meine flanke war vorbein spiel naja was war das links da von mir gut kannst du den lord da links nehmen du hast noch ein was einfach drauf da war da jetzt auch hin laut ziggi genau der ok naja gut das ist ja jetzt lemmy versuch ein bisschen safe zu bleiben ich bin gleich hinter dir ne jetzt mal peter gold nicht dann ne denk ja ne ich glaube der braucht keine hilfe ne 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 auch aber knapp von einer hieran nur spotten wenn da irgendwas kommt haut ihr ab sobald die mit ihren lights und mit die kurze da drüben kommen fahrt ihr zurück stellt euch hier hinten auf ja bis in der stadt ich möchte welche hier stehen haben welche in der halle drin und welche links pass auf wenn ihr auf den 13 90 schießt dass er nicht von drüben kriegt die 40 durch der büste weg naja vorne stehen sie auch schon vorsichtig hier nicht vorbeifahren dort fahr zurück wenn du kannst so habe ich hier drüben sind zieht durch die sind ja komplett in der feuerlinie und sind auf uns aus die ihr könnt daran fahren wichtige die hier hinten zieht durch zieht bis hier vorne ran abfahren da hinten zurück die kommen jetzt zu dir abis greift die dann da hinten schön ein hier drum und die dann schön im focus voll haben emi wir ja auch ok sie zurück ja müsst schnell machen und im sinn genau dann los 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 hier um dann schnell wie es geht auch wenn wir den tiger der steht versuche in die kette zu schießen dass er da nicht wegkommt focus liegt auf dem tiger hier der is 5 wenn ihr könnt ja steht da so schön an der kante super wir gehen damit drauf vorsicht 50 100 zieht euch zieht sich in die richtung der lights oder peter emi wir fahren mal zurück die erstlichen help ist ja macht er weiter druck oh ja die kommen nämlich dahinten jetzt jetzt schön zusammenbleiben wir ziehen hier links rein ja versuch den oh mutz ich gehe hier links rein oh ne 1390 von außen vorsicht einer noch mit mir durch die halle ja der amx steht links ja ich bin sowieso verkauft ich teuer plötzlich teuer das war teuer der amx fährt außen in der halle weiter der amx fährt außen in der halle weiter wirst du gleich nachgeladen haben achten steht 50 er kommt ja er dürfte noch nicht wieder voll sein weg die konvention sind ausdrücken drücken 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 der 50 100 muss jetzt leer sein der drei schüsse auf mich abgegeben der ist leer der auf mich hat er auch an der 1390 danke der 50 krass wie die Nubia nicht totkriegen Nubia einen schuss auf den 50 100 naja den 50 100 erstmal rausnehmen kriegt ihr den sehr schön T54 ist es T54 warte einfach rein ihr ist rein einfach rein da du hast du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht niemals hahaha er war gut sehr schön er war gut jetzt wollten sie michel aber haben ja genau der hat einer mal auf die idee kommen sollen hae zu schießen dann wäre es vorbei gewesen ja hier passt die mädels kompanie ach war doch der zwitschling am anfang ach der maus akrobat fährt da mit er ist aber keine frau jetzt schon so schön nach rechts zielen so wir brauchen Licht oh unser Ruf fährt falsch Ruf wir brauchen dein Licht offen offen Lightweight da vorne naja damit sind wir wahrscheinlich alle gleich offen gut hier ist drei da rüber bin da da in der Kuhle ja hier stehen aggressiver push auf B3 B4 da sind da sind mehr Bäume noch gefallen da oben die lights werden nur sein schätze ich mal ja da passt wieder auf Arti da kannst du deine Leitsets verziehen wie du willst Herbert weg von der Position bitte hier hinten an den Stein in die Heavygasse rein spotten mit ja möchte wissen wann die da hinten ankommen Klappa die kann sich auch mit nach hinten verlagern oder halt hier vorne an die Kante dass du da reinschießen kannst ok hier sind sie schon mal nicht ne ne die haben sich komplett zurückgezogen ja ich glaube aber die stehen halt in der Linie aber ja da stehen sie gut die haben Arti versucht rüber zu kommen versucht euch Arti safe zu stellen und schießt sie da raus gut fahr mal mit spren mal um oder halt ne ne fahr da vorne mit ich nehm Lemmy mit Lemmy nach rechts hier runter ja und versuchen uns mit in die Heavygasse fallen zu lassen und fahren die von hinten mit an da jetzt um sieben beziehungsweise helft nach Herbert halt dich safe lass dich von Peter und von Zampan unterstützen genau Lemmy fahr da vorne ran fahr hier mit ran Herbert halt dich safe ich bin auch gleich mit vorne Lemmy beschäftigt die da einfach ein bisschen ja da habt ihr Ziele jede Menge versucht euch aber nicht zur HP zu ziehen Leits macht vorsichtig ich kann dir den grad nur ärgern Peter mach ruhig ich hab fahren ich bin so ich sag ihr seid nur da und dafür zu sorgen dass die Herbert nicht pushen Lemmy fass auf die kommen jetzt gleich hier angebendet ja bist du runter gefahren? ja Mann der IS-3 hält echt nix mehr raus ah der Rest auch nicht runterfahren beschäftigt die ein bisschen runterfahren oder runterfallen gesagt? nicht runterfahren ja fein auch nicht ja soll ich mit vorkommen zur Refetze? ja die Lights bitte zu mir aufschließen Lemmy pass auf du hast gleich die Lights im Heck da hast du aber ein Wespen jetzt aufgescheucht so Lights wir fokussen den Lights äh den Groot bitte oh ich helfe euch mal ein bisschen ja genau Lemmy schießt da bitte hinten rein Lights schauts aus seid ihr da? ja wo ist raus? Lightweight jetzt fokus oh die Heavy sind hier ja aber die kommen nicht raus sollen wir irgendwas machen? ich geh außen rum Lights macht ihr den bitte weg oh verdammt oh entschuldige oder Lemmy falls du noch mal einen Schuss abgeben kannst ja ich guck mal glaube ich hier oh hier ist drei von oben da so Havis ja wie schaut das jetzt seid ihr raus? und Lights ihr schließt euch mehrmals an wir fahren jetzt hier hinten hoch Peter nicht so stürmisch bitte sobald ich hier hinten bin können die Havis da oben Druck machen obwohl da dürften nicht mehr allzu viele stehen aber die wollen sich jetzt Lemmy jo dann mach Druck Havis Druck rauf da ja Lights zurück versucht die ein bisschen zu beschießen also von wo soll man schießen jetzt? von hier unten am liebsten probiert's ja ja die stehen alle da und haben keine HP mehr zur Not ladet HE und schießt auf Türme ja Kurt weiter nach rechts du bist sonst im Fokus oh scheiße ja ihr müsst Druck machen die beiden hier ist rein ja Lights hier rein ihr könnt drauf da und die Havis Druck hier auf Biker Lady Panzersparen fahr hier unten lang Ritfi fahr mal da unten durch die Kuhle und jetzt drauf da Havis du wieder zurück Biker Lady als erstes bitte oder Melanie oder Melanie oder Melanie ja und jetzt Biker Lady Leute Biker Lady ist die da links na na schön jetzt den vollen hier ist 3 Kurt fahr mal links vor Kitty fahr mal links vor Kitty fahr mal links vor Kitty Links ist noch ein Light ich den nimm dir schlägt bitte nicht auf den Light nach den ohne Mimimi genau Lola EF3 mit 50 HP ja die haben weiter so jetzt den Beast of Bison gut rechts auf Bison gut auf Bison gut wird mich da vorne der geht beide auf den drauf auf die Melanie ja fahrt drauf ignoriert den Light richtig drauf genau da ich hab da beide genug HP fahr weiter kurz fahr weiter fahr weiter fahr fahr seitlich von dem fahr seitlich passt schon er hat den Schuss gefangen jetzt nimm ihn die raus der muss jetzt raus sonst ja gut jetzt umdrehen und den Light vorsicht da war es nur noch Sandy grüß an dieser Stelle ich hab sie getroffen in Warschau echt? hm so ah sehr schön sehr schön schön gut gespielt der Moe hat sich umgebracht großartig der Lightbulb gehört kurz mal über die Gleise ähm ich möchte trotzdem ein Light hier vorne haben der man da rüber spottet die anderen beiden Lights halten sich bitte mit hier hinten fahr die untere Landzone gemacht dass wir wissen was hinten kommt ja so 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 also Peter also Peter du kannst doch den Arm gleich nicht töten genau weil sie ja was fahren wie auf Schienen heißen vergiss nicht nichts zu machen ne wie bitte? der D54 da oben noch nicht ja guck der schon ein Light ich glaub die auch gern Heavy Push machen von der Stadt 5050 holt euch den wenns nicht so ist ok Lights runter hier runter hier ja auf sie sind eine Masse ich jetzt So Nubia, Linz mal rüber. Ich hatte die Adi schon gekuschelt. Er wollte mich ersäufen. So schick mal 3 IS-3 zurück. Ja dann die hinteren IS-3. Zurück. Bin offen. Jo. Cosinus, du nicht. Bin vor. Oh, soll ich als Light hin? Machst da vorne mit, du hilfst da beim Licht machen und stellst dich da vorne mit auf. Aha. Ah, die sind da. Jo, Camper. Licht da drauf, das hat keinen Sinn. Hier ist 3 IS-3 zurückfahren. Hier zieht da durch. Wer kann ich? Herbert hilft da vorne mit. Peter Wecker. Das wird ne Schmerz. Erstmal bitte zurückfahren. Wenn die da schon so aggressiv spielen. Kriegt ihr den T32 da? Ne, ne? Oh, ich krieg den nicht. Oh, ich krieg den nicht. Und dran denken, ich hab noch ne Art. Oh, ich krieg den nicht raus. Boah, ihr jetzt zusammen, ihr müsst die Lights wegmachen. Ich steh alle in einer Linie. Ja. Dann zurück. Zurück. Flammy. Flammy. Nicht da drüber. Ja. Das ist erstmal die Lights aus Bad Ooba nahe. So, C-Ref nicht so aggressiv dazu kommen. Ich wollte es ein bisschen aufscheuchen. Ja. Oh, verdammt. Wir haben natürlich direkt das Ammo weg. Einer ist abgezogen. Ne, doch nicht. Obwohl sie nur das Fahrt da ein bisschen weiter unten mal weiter durch. Obwohl, ne, die verlagern sich jetzt. Vorsicht. Die kommen jetzt hierher. Ja. Zieh dich zurück, C-Ref. Zieh dich zurück. Ja. Lass sie rumkommen. Der da unten, der runterfährt. Ja. Ja. Komm schon, Leute. Zeft. Huch. So, jetzt den anderen. Jetzt den ja, der da reinfährt. Ja, brennt. Ja, das ist aber nicht. Speria Pharmaphor. Die wollen mich. Weiße. So, den unbemalten hier. Den hier ist 3, der schon angekratzt ist. Bei mir. Ja, ich bin wohl allein, ne? Ja. Ja. Äh. Danke. Sheriff Cousinus hier den Micah. Angel Kitty? Ja. Da du go. Jo, schöne Runde. Sorry Mo. Kein Problem. Ich hab den Fein schon vorhin weggerammt. So, helft dein Moob, ja? Ja. Aber geht dabei nicht rauf, hier. Ja, gut da. Vorsicht. Ich bin gleich da. Mach den E3 weg. Jetzt kannst du. Versuch ich jetzt, fahr drauf. Und drinnen. Nicht den Turm. Michelle, versuch. Hinter mich. Ja. Abgeprallt mit Gold. Schön. Hammer, sie hat auch da hinten rausgekriegt. Deshalb Süden. Ja. Ich muss mich entschuldigen, mein Richtschützer war tot und ich hab's nicht mitgekriegt. inte Poppunnen. Werde southpön, es wird nur noch ein wenig erzeugt. Ich muss mich aus und nicht die Eingrechte geben. Ich muss mich in diesen Handeln nicht anlegen. Ich muss mich öffnen. Untertitelung des ZDF, 2020